der rieten ob er ja ist keine zeit daran bis noch wird doch vorher ist ja was hast du schon wieder aufgehört jetzt kommt die goblin armee namen liga sie können beim ernst nur goblins jetzt kann man die magier jetzt kann man gar nicht mehr haben oder verdammt sie kommen gleich was er noch auf was er schon was sagen wir bauen bei unserem haus kann es gar nicht nur weil du drüber der im spawn point dort drüben kamen tolle wenn die umgabe wo sind sie tolle oder ich finde vor stoff groß vorwärts jaja sind schon wieder da verzieht euch ihr wie ist geboten ich habe ja nicht beim haus server sondern noch recht näher auch im haus wenn es zwei oder rechts geht siehst du es nicht die armee was wir sind laut das fichern oder oder der war jetzt ist er nicht mehr da nach so einem grund da hinter dir ist er werde deine flacke damit geklärt da denn was wir retten zu dann war es in einer ich weiß nicht ob wir das so lange bleibt ich gehe einfach gerade aus scheiß wie ich da du rasch da mal durch was bringt der shaderscale was bringt der shaderscale der ist brauchst du für die nightmare brick axe und meine rüstung die ich jetzt gerade auch habe nicht mehr die 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 wo geht er hier ich vermiede auf wo alles was ist der ist ok jetzt können wir gleich links 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 hehehe ich war fast jenker links wach fck fuhr irgendwie Wohin! Hehehe, gleich steu ich hängen geblüm! Den, der rennt, dennt... Du, wie spät ich's jetzt überhaupt? Ähhhhh... 4,5,8 Was? Schubanhausbuch Wart kurz 40 Wart kurz Wart kurz... Ich bin noch... Ich muss noch kurz... Lass noch schauen... Grat, wer ist im... Ist es geschrieben? Ich muss später anlegen... Ja... Ich darf nur... Viel Stunden darf ich nicht mehr... Okay... Schaut mal... Weil ich muss heute morgens... LK... Ja... Untersuchung... Aha... Aha... Das ist wirklich Nacht ist jetzt... Ist zwar Nacht... Also... 400 Fuß sind's nah... Na... Es ist noch Nacht... Bei mir schon... Ja... Ja... Das ist ein langer geraden... Fragst du oder soll ich? Ich geh weiß... Und wie komm ich jetzt da auf? Da hab ich extra selber gekauft... Ah... Nimm mal den Kopf... Der hat ein bisschen mehr Lamer... Der hat 4400... Na... Voll nicht... Jetzt haben wir... Wie vorne jetzt noch... 3500... 3500... 400... Bist du gleich... Ja... Das wäre ganz schwer... Ja... 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 Yang... Du... ich muss jetzt entscheiden er gehen am lief 16 sekunden ich kann jetzt wieder nehmen 8 sekunden noch 8 sekunden noch 5 noch 5 noch 3 2 1 und jetzt geht 3 2 1 und mir geht auch wo das geklappt am boten lief jetzt kommen eigentlich oben in die höhe ich meine jetzt vom bau ja es ist nix mehr höhle nicht aber in die höhle höhle habe ich gesagt da haben wir sind irgendwo ein schuld lichtschalter ja der heißt skelettron ja im auch was soll ich tritte ich habe überlebt es nicht malen wird die man am man das ist die handwerkerin mit dem redstone ja scheiße überlebt dann wird ob die wicke wurde das baum das und baum immer leicht prüftel auch die 20 m vor allem ach so denkt ist was tauschen mit ihr greift ja Karpuket was ist mit der Kraft alle decken die die aufmachen wenn es überlebt bis zu T in der Minute 2 dann vergiftet Karpuket das will ich schüttel ok welcher war das wird er zu gestern das wieder kisten ja Ja. Ja. Ich werde voll für Aufnahmestopfer. Fendiert. Ich muss noch ein bisschen früher aufsteigen. Wie heißt du? Wanden. Oh, sieht das? Ja. Sollte es nicht was? Nein. Ah, ich bin nicht mehr. Ah, ich bin nicht mehr. Okay, das war sehr sexy. Mal sehen. Okay. Die attacken von der Majer kann man so leicht ablögen. Ja. Ich bin nicht mehr erinnert. Okay. Dann geht's. Ja, ich bin nicht mehr erinnert. Ich bin nicht mehr erinnert. Oh, ich bin nicht mehr. Okay, ich bin nicht mehr. Einfach. Es war alles 70 krass. Nein, hier vorher noch Adleimkopf. Ich kann mal, wo ich hab. Wo ich einfach hab. Hm, okay. Und damit verabschieden wir uns und... Aaaaaaah. Ich mache nachher einen Todeswürdig. Servooooooos. Hi Leute, wir sind wild. Ja, ja. Wie ihr seht hab ich... Wie ihr seht hab ich... Hölle, Hölle, Hölle. Ja, wie ihr seht hab ich ein paar Dinger... Äh, noch gesucht. Oder besser gesagt, mein Freund. Und jetzt hab ich auch gesehen ein Ding. Wui, wui, wui. Hölle. Hölle, Hölle. Ja, warte, ich will noch scha... Ich will noch meine Gulds auch... Meine Coins in Sicherheit bringen. Du hast doch schon eine Nightmare Big Axe? Nein, ich hab nur eine Guld ne. Okay. Äh, dann besiegen wir uns noch schnell den Wurm da. Weißt du eh, was ich meine? Ja, wann... Hast du etwa schon gespult in der Zwischenzeit, oder was? Na, wieso? Den hab ich schon vorher gehabt. Also, kannst du dich ja Zwischen runterbauen, oder wie? Na, ich hab... Äh, ich kann Helps dann schon bauen mit dir. Mit der Nightmare Get-System. Ah, ja. Und den hab ich voriges Mal auch schon gehabt. Ja, dann lass mich diesmal die ganzen Dinger einsammeln. Weil du hast mir alles gehalts. Ich weiß. Du hast Damage vorher gemacht und ich... Ah, jetzt kommt die Goblin abweh. Goblin abweh. Äh, mein... Ich... Äh, bestrack, die kommt mir, also der ist schon da. Ja, ich frag mich, wieso das denn bei uns im Haus ist. Jo. Spawnpoint. In der anderen Welt haben wir Spawnpoint genau beim Haus gesetzt, deswegen ist es da gekommen. Oh, kann sein. Ich kümmere mich um die Magier. Okay, okay. Ich kümmere mich um... Okay, ich kümmere mich, dass ich weiterkomm. Ja, das ist... Kommst du? Ja, du. Ich muss mal sch... Ich kämpf doch gegen die ganzen Viecher. Weil dann... Dann schalten wir auch den Waffenhunter frei, wenn wir den besiegen. Wir müssen mich nicht befreien. Nein, ich nicht. Du, wir müssen uns alle besiegend angreben und... Okay, dann besiegen wir schnell. Äh, das dauert etwa 10 Minuten oder so. Ah, gehen wir weiter. Okay, dann besie... Gehen wir weiter. Ich bleib jetzt wieder zurück und kämpf. Okay. Magier kann man so einfach abwehren. Das finde ich so geil. Ja, früher haben wir... Ich hab noch immer die Musik gefühlt. Und da jetzt auch. Ja. 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 Ja, sonst aktivierst du den. Was? Was? Ein Life Crystal. Also, für was rätst du jetzt? Ein Life Crystal will ja aktivieren. Das ist ja meiner. Ah, okay. Ja. Posten schaktiviert. Sicher. Code aktiviert.